Ja, richtig. Zentrale Hightech-State. Die Papier ist eine Woche alt. Das fühlt sich als Jahre alt. Hey da. Die Papier ist der Hund, hm? Ja, und ich habe Scheiße für die Rekordungsverpackung. Und von den Bezugern gibt es keine Schmerz von ersten Anfragen. Du machst die Radio. Das ist richtig. Na klar, bis zum einen Schmerz von Scheiße Politiker die Finanzierung haben. Und ich habe die Blogger-Sphäre. Hey, sag nichts gegen Blogger. Alles okay? Ich bin okay. Schaut. Es ist dramatisch. Ich bin sicher, dass einige Leute rauskommen. Vielleicht sind sie alle geschlossert. Dann wieder, vielleicht nicht. Charlie hat deine Sorge zur Kenntnis genommen. Ich habe noch immer einen Schokoriegel. Ich glaube, ich werde es Charlie geben. Oh, äh, danke. Du bist willkommen. Du bist sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Sie ist gut. Ich habe versucht, sie zu fit und Wasser zu halten. Du bist ein guter Schmerz. Danke. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Willst du nachher schauen? Aber nein. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Gut. Willst du nachher schauen? Ja, warum nicht? Wie geht's? Moment mal. Was ist denn, wenn wir... Wir haben doch eine Fernbedienung. Geht das? Ich glaube, du kannst nichts mit diesem tun. Du weißt, was ich könnte. Was ist das? Dann könnten wir mit dem Fernsehgeräusch die Zombies ablenken. Du kannst das einfach machen? Ich habe alle Kode, als ich in der A.V. Mal versuchen. Well, fucking done, Doug. Ja, scheiße. Hm. Funktioniert. Hm. Shit. Hey, Mann. Was machst du? Wir können nicht mehr darüber nachdenken. Obwohl die Schläge sind. Für sicher. Mit der Fernbedienung. Das Schloss auf, Mann. So geil, wirklich. Die Schloss auf, Mann. Der Mann hat die Schläge. Wie kannst du sicher sein? Ich habe das in der Arbeit. Der Mann und die Fotos gearbeitet hier. Die Schläge sind auf ihm. Die Schläge sind so gut und besser als wir können. Ja, ich verstehe. Ich muss einfach herausfinden, wie rauskommt und sie holen. Du brauchst nicht lange, oder? Ja, das ist ein paar Sekunden. Kannst du einen Weg an sie FEMA anst? Ich kann nicht auf den Brick sein. Es macht das, was Lux macht. Doc, willst du diese Tür öffnen? Soll das. Du hast die Kabel, oder? Nein. Hat jemand es immer? Was, Mann? Es gab viele Dinge, die hier versucht zu kommen. Und jetzt können wir nicht zurück nach der Straße gehen. Wir haben auch ein paar egendwige Feierkode-Volationen. Super. Jetzt, um diese Dinge zu bemerken. Ich kann es nicht erreichen. Oh, oh. Tja, wo hauen wir denn dagegen? Ich würde mal sagen, hier, ne? Fernsehladen. Yeah, es funktioniert. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt ist die Hübsche. Bezahe. Bezahe an dich. Hm. Hm. Für meinen eigenen Bruder. Ich weiß nicht, was mit Mama und Papa passiert. Aber ich weiß, wenn du da warst, würde ich für sie sterben. Ja. Ja. Ich glaube, dass das passiert. Hast du sie noch gefunden? Gib mir einen Moment. Es tut mir leid, dass ich nicht hier war. Ich bin sorry, ich war nicht hier. Aber du und dich, um sich zu bemerken, um es zu bemerken. Das ist alles. Naja, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Scheiße. Es ist so grasläckig. Ich bin ein eigener Bruder. Sein eigener Bruder. Hey, Kumpel. Auszeichnen. Errungenschaft freigeschalten. Oh mein Gott. Hier geht's. Holy crap! Run! Oh oh. Tja. Aufhalten kannst du es schon nicht mehr. Mann, das war knapp. Tja. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, ne? Oh no. Shit. We gotta hurry. Oh no. Shit. We gotta hurry. Hmm. Schau. Es schaut nicht gut aus. Oooooohh. Scheiße. Doc. Komm wir haben Zeit, um zu gehen. Ich werde meinen Fahrzeug dazu ausgemacht haben. So... Wie kann ich hier was verbarrikadieren? Halt die Klappe, Duck! Oh, shit! Tür zu, es zieht! Ich hab gesagt, Tür zu, es zieht! Hm, ein Stock! Oh, scheiße! Scheiße! Nein! Ihr oder sie! Aber sie ist die bessere Schützin! Ja, eigentlich ja! Rettetag oder Kali! Ich weiß es doch nicht! Ich glaube, ich hab zu lang gewartet. Ja, und dann bin ich der Haus desahже grafen. Dann bin ich mal existiert. Und dann bin ich der Schütz?